hey freunde willkommen zum nächsten test heute im test sind die super gato von elgato wir haben hier zylindrische troenos oder toreno mit 1,7 gramm glaube ich zumindest fünf stück in einer packung wir haben 8,5 gramm pro packung ja teile sehen so aus und da würde ich sagen immer gleich mal raus und schauen uns mal an was die so drauf haben so an sich zündschnur ziemlich dick ziemlich lang ziemlich leicht auch die ganze sache und naja schauen wir mal was der knall sagt also bis gleich draußen so haben wir die toreno die super gato von elgato 1,7 gramm so 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 also für 1,7 Gramm super also für 1,7 Gramm